Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Cineastic Video. Heutiges Thema. Der Marsianer rettet Mark Watney. Ein Science Fiction Film mit der Thematik, dem Stil und den Schauspielern von Interstellar. Der gedreht wurde ein Jahr nach Interstellar. Könnte man jetzt so sagen, wenn man versucht lustig zu sein oder so. Genau. Aber eigentlich ist der Marsianer schon ein bisschen anders. Mitwirkende. Regisseur und Produzent unter anderem des Films ist niemand geringeres als Ridley Scott. Einer meiner Lieblingsregisseure hat stilprägende Filme gemacht wie Alien und Blade Runner. Thelma and Louise und Gladiator oder Black Hawk Down und Hannibal. Bis 2001 sah es so aus. Seit 2001 sind seine Filme zwar immer noch gut, aber nicht mehr so stilprägend wie früher oder genreprägend und kommen auch nicht mehr an den Status heran, den seine Filme früher hatten. Zu den Schauspielern, wie gesagt, teilweise aus Interstellar. Wie zum Beispiel der Hauptdarsteller Matt Damon als Mark Watney, der in Interstellar zu sehen war als Dr. Mann. Und auf der anderen Seite Jessica Justine, die Commander Lewis spielt und in Interstellar zu sehen war als... Äh, wie hieß sie noch? Merf! 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 Ach ja, richtig. Außerdem spielt Sean Bean als NASA-Mitglied mit. Sean Bean war zuletzt ebenfalls im Weltraum unterwegs in... Jupiter Ascending. Zur Handlung. Während der Mission der Ares 3 auf dem Mars gerät die Crew in einen Sandsturm. Dabei wird eines der Crewmitglieder, Mark Watney, von herumfliegenden Trümmern getroffen. Die anderen Crewmitglieder können ihn nicht mehr finden, denken er sei tot und starten auf Befehl von Commander Lewis zurück in Richtung Erde. Watney jedoch hat überlebt und kämpft von nun an um sein Überleben und versucht an Nahrung zu kommen und Kontakte mit der Erde aufzunehmen. Ja, also das war's. Ihr könnt die Musik jetzt ausmachen. Jetzt kommen wir zu meiner Kritik. In diesem Film gibt es zwei zentrale Konflikte. Man vs. Machine bzw. Man vs. Man. Die NASA unternimmt alles Mögliche, um einen sicheren Rettungsversuch für Mark zu entwickeln. Dabei läuft aber nicht immer alles nach Plan und der Hauptkonflikt natürlich auf dem Mars. Mark Watney, der versucht auf dem Mars zu überleben und immer wieder, egal ob bei der Herstellung von Wasser, beim Anpflanzen von Kartoffeln oder einfach nur beim Atmen, immer wieder den Gesetzen der Natur ausgesetzt ist. Allerdings vergisst der Film dabei, Spannung aufzubauen. Man ist zwar gespannt, was passiert, was macht Mark und wie löst er das nächste Problem. All das ist sehr informativ und man erfährt, wie ein vielleicht mögliches Leben auf dem Mars wohl aussehen würde. Wie man mit allen Problemen klarkommen würde und so weiter. Und das alles hält er fest in einem Videologbuch. Aber so wirkt der Film informativ und dokumentarisch aber nicht spannend. Zu Ort und Zeit. Der Film spielt an drei Orten. Auf dem Mars, auf der Erde und genau dazwischen. Wo sich eben momentan die Crewmitglieder der Ares 3 befinden, mit ihrem Raumschiff auf dem Weg Richtung Erde. Dadurch ist der Film rein optisch sehr arbeitensweit. Im Gegensatz zu anderen Weltraumfilmen wird man nicht durch die bloße Darstellung vom Weltall nach und nach gelangweilt. Sondern man kommt auch immer wieder vom Weltall weg. Man ist dann auf dem Mars, man ist dann wieder auf der Erde. Das ist ein ganz angenehmer Wechsel. Auch die Zeit spielt eine wichtige Rolle. Denn Mark Rodney muss sich ja seine Zeit genau einteilen. Die Station, in die Mark sich eingerichtet hat, ist nämlich auch nur für 31 Tage ausgelegt. Und umso erstaunlicher ist es natürlich, dass er dort länger verweilen kann und wird. Und wie lang genau, werde ich jetzt nicht sagen, weil ich nicht spoilern will. Zu den Figuren. Ich muss sagen, die Figuren haben wenig Tiefgang. Sie haben, es werden keine menschlichen Abgründe gezeigt und es ist auch keine psychologische Motivierung erkennbar. Aber das macht nichts. Denn das ist es, was Ridley Scott will, kann man so sagen. Er ist eher bekannt für seine einfachen und doch sehr interessanten Charaktere. Vor allem Mark Rodney. Er ist immer gut aufgelegt und selbstironisch. Und so ganz alleine auf dem Mars, ohne Hilfe, ohne Menschen, da ist Humor und Selbstironie von der Leistung, oder? Und wo wir beim Humor wären. Der Film zeigt überraschend viel Humor und ist wegen seiner lockeren Grundstimmung recht entspannt anzusehen. Verhältnismäßig entspannt. Also jedenfalls entspannter als Gravity oder Interstellar. Der Humor kommt vor allem bei der Kommunikation zwischen den jeweiligen Leuten durch. Also bei der virtuellen Kommunikation hauptsächlich. Und die verarschen sich alle gegenseitig. Außer die Nase natürlich, die muss seriös bleiben. Aber Mark Rodney ist alles andere, alles seriös und lässt ab und zu mal einen Witz raus. Also insgesamt ganz lustig. Und sind auch lustige Running Gags dabei. Außerdem werden in zwei verschiedenen Szenen schmunzelnd auf Der Herr der Ringe und Iron Man angespielt. Zur Wirkung. Der Film wirkt auf viele Zuschauer, wie ich gehört habe, wie eine Mischung auf Castaway und Interstellar. Castaway von Robert Zemeckis mit Tom Hanks und niemanden sonst. Denn Tom Hanks liefert eine One-Man-Show ab, die sich sehen lassen kann. Ganz alleine, gestrandet auf einer einsamen Insel, kämpft er ums Überleben. Und da wird die Parallele deutlich zu Der Marsianer. Und auch die One-Man-Show von Mark Rodney, von Matt Damon kann sich sehen lassen. Der Marsianer und Interstellar sind im visuellen Stil recht ähnlich. Auf den ersten Blick. Denn Interstellar ist schon eher hektischer, emotionaler und düsterer. Und der Marsianer im Gegensatz dazu heller, ruhiger und vor allem positiver. So positiv, dass der Film sogar eine neue Generation von Astronauten beeinflussen soll. Laut Ridley Scott. Fazit. Eine der besten Performances von Matt Damon. Toller visueller Stil, wie wir es gewohnt sind, von Ridley Scott. Obwohl wir auch schon beim... Äh, dritten wären. Ridley Scott. Bester Mann. Ein lustiger Science-Fiction-Film ist eine sehr gute Idee. Und Gravity und Interstellar sind out. Weltraumfilme sind jedoch noch in. Passend zum Kinostart hat die NASA ja, wie ihr wisst, herausgefunden, dass es Wasser auf dem Mars gibt. Also kann man sagen, perfektes Timing für den Film. Und hier kommt die Endcard. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier kommt ihr zum letzten Movie Review. Und hier kommt ihr zum letzten Video. Wundert euch übrigens nicht wegen der Umgebung hier. Hier werde ich jetzt öfter drehen. Das ist meine neue Wohnung. Und eine Ankündigung. Ab morgen werde ich in unregelmäßigen Abständen zusätzlich zum wöchentlichen, seit heute Donnerstags erscheinenden Video ein paar Vlogs hochladen. Aus meinem Urlaub aus den USA und Kanada. Und ich sage, so viel dazu. Keep on watching. Geht ins Kino. Und wir sehen uns. Bye. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020